damit hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play crash landing mit dem guten sick rick und mit mir den fixer und wir sind tätig und stetig stetig tätig sind wir ja genau so sieht es nämlich aus jetzt habe ich das natürlich nicht mitgenommen mann den reiß ich ne den wollte ich doch gar nicht sind so viele sagen mich doch kein körper mehr hier du machst mich verrückt junger sag gar nicht junger du machst mich verrückt junge kein überblick mehr als willst du mal hier stockings und reis und dann schüssel weg genau so ich wollte schon mal testen reissuppe und reissuppe bringt ja auch noch mal was ja und wir müssen hier feld bauen das bringt gar nichts mehr hat nur noch 20 prozent welt ist es ja so kann das schon werden wir haben uns aber auch ja wie gewollt ich gerade sagen wir schon sehr oft gegessen ist das mal lange nicht mehr gegessen haben spinnenaugensuppe wo sind die spinnenaugen haben wir gar keine spinnenaugen haben wir gar keine spinnenaugen das kann doch nicht wahr sein dass wir das lecker ist ja wir feuchten bloß ein feld weißt du müssen man mal was müssen wir dann dahinten in unserer safe zone die wir gerade bauen müssen wir unbedingt ein arabisches feld einplanen wir brauchen da halt brauchen wir mal felder dass wir da mal so groß was anbauen weißt du ja überlegen wir gerade wir müssten die obstbäume hier dahinter ne die achi machen ist anders wir reißen die dann hier vorne wieder ab oder so ok na jetzt dann bloß das arial für die bäume haben ja dann das ist blöd jetzt mit der nacht ne ach wir haben doch ein bett wir haben doch ein bett mensch und warte hier dass es tag wird kann man überhaupt schlafen die sind ja so nah naja die dürfen halt nicht auf einen getriggert naja wir sind ja schon ganz da ich glaube das wird nichts wahr musst du zu machen vielleicht ne ne das ist ja wirklich hier direkt ne mann das ist doch du 54 stacks das wird schon wir müssen doch irgendwas bauen was aus dem koppel automatisch gravel macht damit wir hier sowas geht das bestimmt was kann man da mal better barrel haben wir als letztes gebaut also erstmal wollte ich dir diesen zauberstab zeigen wand das ist das ding ok was kann wie wird da gebaut dafür brauchen wir unstable ingot einen instabilen barren wo kriegen wir was ist das was ist das was ist das extra utility this strange mystical item cannot be crafted but is found in dungeon chests na super das können wir also vielleicht in der stadt finden aber nicht craften und das brauchen wir ja offensichtlich dafür kann man das vielleicht noch anders herstellen was ist das semi stable nugget toll baut man genau so oh man was ist das für eine wand was ist das selber los ne hä zeig mir mal wie das geht wieso gehen wir es nicht keine ahnung ok das wird wohl so schnell nix das werden wir wahrscheinlich schon erst in so einer sanchentruhe finden wenn wir in der stadt möglich sind werden wir das schaffen und damit kann man einfach schneller bauen wie man sich das vorstellen na damit kannst du damit kannst du zum beispiel eine koppellinie bauen und dann gehst du hast du koppel in der tasche und hältst den zauberstab in der Hand und hältst da drauf und dann baut er die gleiche Linie obendrauf nochmal ach so ja also du brauchst mehrere mehrere koppel mit einmal so wie Wordedit ne nicht wie Wordedit Wordedit ist eigentlich was ganz anderes das wäre jetzt total falsch das sozusagen na gut vielleicht schon ach so ich hab ja die Tür zugemacht dass ich gerade wundert um sich rauskomme Mensch Mensch steck zu blöd zum Lauf mir uah was wie im echten Leben ständig gegen den Schrank laufen und so 6 Kohle hm hm okay du hast doch die ganzen Stacks Gravel da am Start ne und du willst erstmal öffnen ja ne ist ja erst nacht im Infrailerbound ja das ist blöd dass man nicht schlafen kann wir könnten natürlich rausgehen und die Monster umbringen aber ich glaube das wäre mutig das wäre sehr mutig ja so dann haben wir noch ein bisschen Blätter geholed geholed wie haben wir davon 4 und 2 und 3 Kupfer nein machen wir mal in die Wasserproduktion damit wir da also in der Wasserproduktion hätte ich gerne permanent eine Überproduktion die hat sich immer noch nichts gesammelt das heißt das Ding ist immer noch nicht voll das ist wir brauchen viel mehr Blätter ja dann lass uns doch irgendwann will ich dass die dass die Flaschen alle voll sind dass die Camelpacks alle voll sind die Flaschen alle voll sind die Geräte alle voll sind und die Kiste voll mit Blättern ist das wäre ja optimal das ist ja optimal dann müssen wir aber erst das Areal mit den Bäumen bauen dass wir mehr Blätter machen ja die Schere ist bald hin und dann hab ich noch eine weitere ne dann lass ich das mal jetzt dann haben wir noch ein Reis dann machen wir mal noch ein Reiskeks damit wir mal wieder Abwechslung reinbringen oh wir müssen genau mit Fullen da haben wir noch was zu einstecken eigentlich oh es ist schon wieder soweit mit Fullen ja zwei Äpfel die bringen wir auch nicht mehr vier haben wir auch übrig ja dann machen wir Salat Salat genau aus zwei Äpfeln kriegt man zwei Flaschen Apfelsaft ein Apfelsaft bringt eine Keule und und probier es mal mit dem Zucker ob wir da jetzt so ein Apfelsaft machen können das können wir machen ja wir essen jetzt erstmal so ein Ding das ist natürlich gleich zurechtgelegt das ist immer so anstrengend und dann nochmal und das brachte ein so ein Ding und so ein Saft brachte auch eine Keule hier haben wir noch so ein Saft der bringt eine Keule genau und wir können ja mal da haben wir sogar noch zwei Äpfel nein probieren wir das jetzt mal mit dem Mixer ja gucken ob das funktioniert mit dem Apfel und jetzt den Zucker Zucker ja da kriegen wir Fruit Punch Fruit Punch Fruit Punch dann kann ich Fruit Punch nochmal irgendwie wie was denkst du wie willst du das machen Marmelade dachte ich ich dachte das ist das ist Fruit Punch gleich Marmelade ne 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 mal gucken was Fruit Punch bringt auch nur eins kann ich mir den Zucker ja klemmen na gut man hat Abwechslung mal ne Machen wir noch so ein ich hatte jetzt eigentlich der Fruchtzeit gebracht ach quatsch das war ja mit dem Hackbrett ne das ist immer so umständlich aber schön dass die aus dem Jagen das musst du dir erstmal alles irgendwie im Kopf haben machen wir mal einen Apfelsalat das geht gut da haben wir noch 100% und kriegen wir dann noch einen Apfel Cranberry Salat hin ja jawoll das können wir mal da deine Lippen tun mir ein Schlimme ich mein Schlimme lass mal gucken kennt das jemand? das wäre mal interessant wenn jemand kennt dieses Zitat kann das auch in den Comments schreiben aber ich denke es fast nicht das ist das ist ein Filmzitat so viel kann man sagen es ist ein Filmzitat und es ist ein sehr spezieller Film ein sehr spezieller Humor und wer das kennt der ja der teilt unseren Humor aber ich muss ehrlich sagen erst nach ein paar Mal erst ein paar Mal sehen bestimmt Humor verstanden sag ich mal so man kann nicht sofort lachen ja das ist das war so jetzt sind wir hier was mit mir da sagt es ist Tag und wir bauen draußen weiter und dann brauchen wir unser unser Maguiber wieso ist denn hier eigentlich diese Texturen? ich weiß ja nicht da ist ja extra ein Fenster an der Tür damit du rausgucken kannst und dann sind die Texturen verschlogen hast du eine? okay eine rote die schaffen ne komm her ne komm her ne komm her jawohl schafft ihr das doch noch nicht zu schlagen hm ok können wir mal wieder gucken ob wir mal hallo bisschen was einsammeln können hier zwei Kollegen hier gucke nicht hochgehen bitte weil dann geht es glaube ich das Zeug mit drin kaputt oder? nö der Zombie hat natürlich überlebt bei zwei Creepern ja naja wir brauchen ja eh Gehirne noch für die für den Hänggleiter ja wir brauchen auch Leder wo kriegst du noch Leder hin? na aus den Gehirnen da kriegst du Leder raus? ja wenn du das im Ofen Baxter mach du bist permanent abwesend kann das sein? ne ich hab grad was anderes überlegt ne du überlegst immer was anderes und deswegen bist du permanent abwesend ich bin gar nicht überhaupt nicht ne ich hab grad drüber nachgedacht wie man noch mit dem Bogen vielleicht äh zwischen den Bogen herstellt und hab jetzt grad drüber nachgedacht ja und hab halt drüber nachgedacht ob man dann vielleicht mit unseren Erfahrungspunkten die vielleicht doch noch verzaubern könnte aber warum willst du denn den Bogen craften? na zum Beispiel um die Gas abzuknallen kannst du doch das Gewehr nehmen ja das ist ja irgendwie nicht so geil ich denke ein verzauberter Bogen wird ja bestimmt effektiver als dieses Gewehr oder? meinst du? ich weiß es nicht deswegen das hab ich mir halt grad überlegt und das wäre natürlich cool du könntest nämlich irgendwann deine Befestigung hier so ein bisschen rumsnibern sag ich mal und dann könntest du dir das alles musst du nicht immer runterhüpfen und gucken halt und im direkten Kampf gehen hm deswegen und dann würde das mit dem Erfahrungspunkt nämlich noch Sinn ergeben dass man das vielleicht noch machen könnte und ich denke wenn du so dass die Erfahrungspunkte einem überhaupt was bringen meinst du? ne ja eben sonst hätten sie ja auch lassen können ich finde die aber schön also formschön weißt du? hm ich möchte nicht dass sie die lassen das wäre halt mal so eine Überlegung die ich kraft habe wenn wir doch so viel hier hin und her ohne dabei Steine zu bauen mhm wird es bestimmt wieder Hatergeschreie geben wie immer ich krieg ja nur Hate nur nur permanent ja tausende Kommentare ihr seid alle so scheiße ihr riecht vor allem unten rum dabei dabei wisst das jeder der Fexer ist der einzige bei uns der riecht eben das haben wir in sämtlichen Let's Places schon feststellen müssen also wie es der Sick hat das immer gesagt hat ja ja der hat aber auch eine empfindliche Nase dem fällt das als erstes auf vor allem über TS das riecht man dann immer sehr extrem also seine Nase ist eigentlich jetzt nicht wirklich empfindlicher als andere aber sie ist halt einfach größer ja das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen aber ich fand's lustig die Nase oder? ja ja auch ne da geht nicht zu hoch hier ne 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 das äh wir sind schon wieder fast fertig wir müssen jetzt hier die Slaps kümmern und dann verknüpfen wir das dann noch und dann haben wir schon wieder Areal ich würd sogar mal was probieren wollen ich würd gern auf die Mauer oben drauf ja auch noch Slaps legen weil ich glaub dann können wir uns die Fackeln sparen weil auf halb hohen Slaps ja nix spawnt und äh es ist ja jetzt nicht so dass wir irgendwie Mangel an Koppel hätten da können wir ja das ist ne sehr gute Idee da kannst du ja Slaps machen bis es uns schlecht wird kannst du deinen Spawn Generator dann einschalten? und dann machen wir da mal der Überprüfer Größe toll das muss ja auch überprüft werden Slaps wir brauchen Slaps und davon ist doch eh nicht naja wir haben's ja wir machen ja einfach einmal ne Überproduktion Slaps 6 64er Stacks ich denk die reichen erstmal das könnte reichen pro forma kommt mir ne Weile hin pro forma naja 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 wenn's alle ist dann hört's auf ne wie immer alter zu ja let's clear dann machen wir hier aber ja auch ähm die Slaps halt höher ne höher ja na wenn das ja alles ne halbe Höhe höher wird so ja weißt du dann kommen die ja hier auch äh ein Stück höher an aber das ist ja nicht verkehrt die kommen ja hier trotzdem nicht drüber das ist ja alles super ja alles supi ja mach deinen Generator dann achso willst du mal hier direkt mal gucken äh wo haben wir den Generator ich glaub hier war das nein das war er wieder mal nicht das sind ja die ganzen Chunks und so dann war er das glaub ich hier genau auf halbe Höhe ist ja auf halber Höhe spawnt nix so aber wir brauchen trotzdem noch die Kante außen ringsrum damit die Spinnen nicht drüber kommen ich krall mich hier mal fest ach das ist ja eine ausgekündigt dann können wir uns denke ich die Fackeln hier oben drauf sparen das ist schon mal gut so 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 na komm schon jetzt den Winkel manchmal nicht das ist echt eine coole Idee da musst du erstmal drauf kommen mhm und da haben wir wieder Kohle gespart ich lege jetzt erstmal hier komplett oben drauf aus nein nein dann sporn natürlich wieder was blub blub erzähl mal was hast du was schönes erlebt die Woche was schönes erlebt die Woche nö 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 wir waren bei Pitti ja ja das haben wir ja so oft jetzt nur gesagt und jetzt ist es geschehen du bist Sammy Pitti du bist Sammy Pitti ja wo kommst du schon an ihn ran aber ich muss ganz ehrlich sagen es war irgendwie ein bisschen komisch es war halt der Sonntag und ja dementsprechend war die Laune auch hatte ich das Gefühl von den Leuten so ne und man muss auch dazu sagen der gute Junge hat ach so ja hat auf einem Konzert zuvor sich das Kreuzband gerissen das ist denke ich auch semi optimal für so ein Konzertabend also der war auch die ganze Zeit am sitzen mit seinen Krücken unterm Arm und das ja gerade bei so Party Musik wo man halt auch so von der Stimmung lebt weil der Typ von auf der Bühne rumspringt wie so ein verrückter weil grad Pitti so zum tanzen anregen soll ja dann das da hängt dann natürlich auch ein bisschen die Stimmung in der Luft ne also ein bisschen im Keller in den Kniekehlen wie auch immer ich werfe hier schon wieder Sprichwörter durcheinander und kreiere Neues aber sind wir halt Trendsetter ne genau Trendsetter ganz einfach sehr geil ach was mir noch einfällt jetzt mal ab zu Crash Landing ne und zwar was ich noch gerne machen würde wäre dann wirklich mal ein paar Fenster ach Fenster aber wo kriegst du denn schon wieder so viel Sand dann wieder na da musst du da musst du den Koppel zu Gravel verklopfen und den Gravel zu Sand verklopfen und den Sand zu Glas brennen mhm das wird ja Haufen arbeiten na aber das ist an sich wirklich keine schlechte Idee dann könnten wir mal gucken was draußen abgeht aber will man das überhaupt sehen das ist die große Frage na na erstens objektiv dass man nicht so viel ausleuchten muss drinnen na du musst ja nachts trotzdem ausleuchten es hat dann trotzdem dunkel egal ob du Fenster hast oder nicht dann ist es halt drinnen genauso dunkel wie draußen mhm dann scheint die Dunkelheit rein gibt es noch irgendeinen dummen Spruch den wir bringen können ne ne irgendwann geht es einmal wo auch außen da wird man dann doch ein bisschen unkreativ was die doofen Sprüche angeht jo so hier machen wir noch ein bisschen und dann nein nein das gibt es doch gar nicht wie kann man denn nur so dämlich sein du hast noch alles an super ey das ist echt cool das funktioniert so zack zack also das haben wir jetzt zumindest außenrum so schon mal safe dann können wir ja eigentlich hier auch die Slabs wieder verschwinden lassen wir wollen ja dann auch irgendwie die Zwischenwand verschwinden lassen ja dann machen wir hier jetzt noch so ein Cobble rein das brusht das ist ja da haben wir dann auch wieder ne Fackel weil die ja dann runter fällt so die kommen noch weg hier die brauchen ja keiner ja und wir haben es auch ja auch cool willst du die die Wand wollen wir weg machen ja wir müssen da unbedingt jetzt hier drinnen noch ausleuchten bevor es nacht wird weil ich mache jetzt hier gerade unsere Spinnensicherheit weg weißt du ja das war aber doch richtig schlau aber keine Fackeln dabei oder doch acht Stück aber ich weiß nicht wie weit wir damit kommen das weiß nicht wir haben ja hier unser Gerät wir können ja damit optimieren wir gucken mal eins zwei drei vier fünf leuchtet das bis in die Ecke nein das müsste also eigentlich hier stehen da steht noch über der Baum ne ja ah komm wenn wir das hier herstellen und die hier wieder wegnehmen oh jetzt äh sollen wir am schwitzen ja das schaffen wir schon noch oh oh es wird nacht wenn jetzt hier gleich was spawnen da hab ich ja überhaupt keine Lust drauf zack 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 wie haben wir noch hier noch was naja so ist so wirklich ist das gar nicht gut ne ey ich hab auch noch nie bei Minecraft vor mir was spawnen sehen bist du sicher also ich schon ne ja gerade bei Crash Landing ich geh hier mal schnell rein ach verdammt ich brauch nochmal so ne Fackel dann geht das schneller nein komm schon jetzt mach doch mal unseren Fackeltrick geh doch Fackeltrick super ok guck mal ah jetzt kommt die hier rüber hier ne jetzt kommt die hier durch ja wenn da was spawnen soll ich nochmal sicherheitshalber zumachen ja warte aber ich finde die können trotzdem über die Wand drüber ne irgendwie klar egal egal jetzt kann es mal probieren schlafen zu gehen weil jetzt jetzt haben wir keine getriggerten meinstern jetzt haben wir keine getriggerten und ist jetzt auch verhältnismäßig ruhig ich hab da vorne das Ding offen dann mach ich das ja aber auch zu sicher ist sicher aber wir haben jetzt noch einen Klon ja wir sind relativ vorsichtig immer noch manche werden da gern leichtsinnig dann und schau ja das siehst du sagst dann einfach mal schlafen dann kommt dann sport auch nicht so viel und dann passiert auch nichts ne wir haben doch Kohle gemacht da können wir doch einfach nochmal Fackeln machen das jetzt zwar ja ja in Ruhe 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 was eigentlich mit Tee es geht heimler er er kann und das ist schon voll ist hier auch schon voll es geht um das machen wir uns ja auch das hier flaschen weg hier war schon weg ich bin ich ja noch es ist noch neuerst im ach so hier ist das ganze laub versteckt schon um das ist alle würden ja eben ja super wir müssen schon noch vor und wir müssen schon noch vor und um wer arbeitet ne der muss hoch 60 Prozent wieder das generiert sich also dann langsam aber das muss ich etwas anderes essen zwischendurch ja was kann man denn mit Zahnfors kann ich einfach essen ne was passiert wenn ich die in den Mörserpacke und die vom Mörser was wird denn aus äh Sonnenblumen Sonnenblumsamen hast du grad gesehen ja aber was machst du damit ja weiß nicht Sonnenblumenöl Öl höchstens Öl aber wie macht man Sonnenblumen Sonnenblumenöl vielleicht müssen wir die ja so aussqueezen ja Tatsache zeig mal ja und ähm was bringt können wir zu Öl zum Kochöl zum ah da brauchen wir vielleicht dann für eine Pfanne oder so ne ja ha das ist ja geil or dictionary names food olivenöl da sind wir wieder bei Bertolli mit mildem olivenöl aber wir können ja auch mal einen Vergleich machen was bringt uns mehr ja die Körner essen oder das Olivenöl trinken bringt uns das Olivenöl überhaupt was hast du noch nie Olivenöl getrunken ist doch lecker nicht so schön Olivenöl gar nichts es ist zum kochen gedacht ok ok und das bringt uns wenigstens ein halbes Olivenöl ist wirklich bloß zum kochen gedacht ok dann müssen wir jetzt wieder Toast essen die guten Toasts weißt du wie schwer das ist die Toast zu machen ja und übrigens echt ja du kannst nicht einfach nur das Getreide nebeneinander legen du musst dir richtig Teig machen weißt du das ist ja nicht so ganz einfach ach das Bief Jockey kannst du immer noch ich wollte meine Leder machen ne Sticks Sticks haben wir ja noch und wir haben noch Kohle wir brauchen wir noch ein paar Fackeln weißt du ja ach weißt du was wir auch noch machen können statt Fackeln was Glühstein aber wir haben einen Haufen Kloster und Staub oder stimmt ach Mensch ach Mensch das ist das nächste da wollten wir ja mal noch eine Säge machen damit wir uns den Glühstein Staub zersägen können in kleine Lampen das wäre ja noch super da war noch Fisch Fischi ok ihr Lieben die Folge ist schon wieder ne was denn los hier na weil die hier mitten drin bist und so muss das auch sein weil du wieder alles mögliche hier machst du weißt du und rumquatscht aber nichts effektives wirst du ich muss dann hier wieder spielen ja du musst spielen du darfst spielen ich hätte gerne hier mitgebracht gut wir sehen uns zum nächsten Episode bei Let's Play Crash Landing also bis zum nächsten Mal ihr Lieben schalte die Line und danke fürs Zuschauen tschau tschau ach was zu essen bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020